Wunderschönen guten Tag! Wie viele von euch vielleicht wissen, wir von den Rogers haben uns seit jeher immer versucht, für den guten Zweck auch einzusetzen und unsere Musik dafür auch zu benutzen, irgendwie Leute aufmerksam zu machen auf gute Institutionen, wie zum Beispiel Stefan-Morsch-Stiftung, die sich dafür einsetzt, Tumor-Erkrankten und vor allem bei Chemie-Erkrankten auf der ganzen Welt zu helfen. Und wir sind ziemlich happy, dass die Bock haben, auf unserer nächsten Tour mitzukommen mit einem kleinen Infostand. Jeden Abend, wo ihr euch informieren könntet, wie ihr zum Beispiel auch helfen könntet. Und das Ganze ist ganz einfach. Man nimmt so ein Stäbchen, reibt sich das in den Mund, dreht das um, dreht das in diese Kappe rein, verschließt das und schickt das weg. Und wenn ihr dann mit euren Stammzellen bändetauglich seid, sag ich jetzt mal, könnt ihr damit vielleicht jemand anderem das Leben retten. Das finden wir eine super gute Sache. Es tut niemandem weh, damit zu machen. Man kann Jahrzehnte später noch Erfolg damit erzielen. Uns würde es freuen, wenn ihr euch auch ein bisschen darüber informieren würdet, bei uns oder bei der Stefan-Morsch-Stiftung direkt. Und ja, Stäbchen rein. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.